Das ist jetzt hier das letzte Mal, ansonsten geht mir nicht ganz schön alt aus. So. Geht doch... Geht doch... Aha... Und wieder einmal zurück. Damit jetzt nämlich das Portal aktivieren kann. Und dann wird nämlich das Portal hier hinten aktiviert. Jetzt wahrscheinlich müssen wir jetzt sowieso wieder zurück. Ich habe es mir gedacht. Oh, zwei jetzt von euch. Meine Schwester hat mich von ihr erwacht. Oh, ich... Das heißt, gegen ihn muss ich jetzt höllisch aufpassen. Ich muss nur den... Wow, meine Schwester. Ich habe nicht so was von genug... ...fallen mich selber weiter machen. Was? Was, Alter? Ey, das ist... Im Grunde genommen ist die Stelle ja... Ich weiß schon gar nicht mehr, was ich dazu sagen soll. Außer... Boah, ist hier... Die Stelle ist echt asozial. Ja... Ich hab uns ja nicht blöd verhalten. Von daher... Ja... ... Ja... Die Stelle ist jetzt nicht... Das ist ja... 이 wondered... Du siehst... Ja... ... Die Stelle ist... Das war's für heute. 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 Das muss jetzt... Das heißt, erstmal muss... Das aktiviert werden. Aber dazu muss ich auf der anderen Seite stehen. Das aktivieren... Jetzt muss ich... Und... Und... kurz bevor... und... 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 komplex ist... Also der ist... Also der ist... Also der ist echt nicht ohne... und... und... Ich nehme mal... Ich nehme mal an... Ich nehme mal an...